Die Hollywood-Stars Sharon Stone und Helen Mirren wohnten am Montag der Cinema for Peace Gala bei, die am Rande der jährlichen Berlinale stattfand. Neben weiteren Filmemachern und Aktivisten zählte auch Nadja Tolonikova zu den Gästen. Sie ist Mitbegründerin der russischen Oppositionsgruppe Pussy Riot und eine Freundin des verstorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny. Die Nachricht von dessen Tod habe ihr ein neues Verantwortungsgefühl gegeben. sagte Tolonikova. Ich weiß, dass wenn Nawalny jetzt hier wäre, würde er wollen, dass wir weiterkämpfen und niemals aufgeben. Es ist jetzt an uns, seine Fackel weiterzutragen und zu tun, was wir tun können, um das schöne neue Russland der Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist ein Traum, den er uns gegeben hat. Tolonikova, die geholfen hatte, Nawalny nach seiner Vergiftung zur Behandlung nach Deutschland zu bringen, wurde 2021 von Russland als ausländische Agentin eingestuft. Die Veranstaltung, die bereits zum 21. Mal stattfindet, wird von der Cinema for Peace Foundation organisiert. Deren Ziel ist es, gesellschaftlichen Wandel durch Filme zu fördern und das Bewusstsein für humanitäre Anliegen zu schärfen. Ich glaube, dass das Kino ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, um zu verstehen, wie andere Menschen sind. Und das ist das Geheimnis des Friedens. Das Geheimnis des Friedens besteht darin, in den Schuhen anderer Menschen zu laufen. So Schauspielerin Helen Mirren auf der Gala. Sharon Stone sagte, die Welt befände sich in einem Moment der Krise. In dieser schwierigen Zeit muss jeder wissen, wer er ist. Ich denke, wir müssen in unsere Seelen schauen und entscheiden, was wir in der Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder sehen wollen. Und diese Entscheidung sollten wir nicht aus Gier heraustreffen, sondern mit gesundem Menschenverstand.